Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wo sind die Fans von Adel Tawil? Das war ganz krass. Ganz krass. Das war ganz krass von Rehmein. Wart ihr an der Kante? Er war leider nicht an der Kante. 0 zu 3. Verkehrte Welt gerade. Ich glaube, im Moment ist es Timo, der sich denkt. So soll es sein, so kann es bleiben. So habe ich es mir gewünscht. Alles passt. Ich bin klar. Brahm-A-Land. 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 Die Trainer des Lokal-Siegers, wir waren unsere Wiener Gausland. Wir feiern Abend für Wiener.